In diesem Tutorial werden wir uns die Schnittwinkel in der Vektorgeometrie ein bisschen näher anschauen. Ich will schon an dieser Stelle sagen, ich werde jetzt nur die drei Schnittwinkelprobleme betrachten. Die allgemeine Winkelberechnung bei Vektoren werde ich in einem getrennten Video dann näher behandeln. So, schauen wir uns die Problematik an. Und zwar, als erstes wollen wir den Winkel zwischen zwei Geraden bestimmen. Ich glaube, jeder kann sich das vorstellen. An der Stelle kann man es sehen. Dann gibt es natürlich noch den Winkel zwischen zwei Ebenen. Abstrakt können wir uns den Winkel an dieser Stelle vorstellen. Und als letztes Fall noch den Winkel zwischen Gerade und Ebene. Den kann man sich auch an dieser Stelle hier vorstellen. Bevor wir ein paar Beispiele rechnen, wollen wir uns erstmal ein bisschen mit der Formel vertraut machen. Die Formel ist wie folgt aufgebaut. Oben im Zähler erkennen wir das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren. Und dann drumherum mit rot markiert die mathematischen Betragsstriche. Das bedeutet, es handelt sich hier nur um das mathematische Betrag. Damit ist gemeint, für den Fall, dass das Skalarprodukt negativ ist, machen wir einen positiven Wert daraus. Der Grund dafür ist ganz einfach. Bei dem Schnittwinkelproblem ist eigentlich immer ein spitzer Winkel erwünscht. Und das erzielen wir nur mit Hilfe dieser Betragsstriche. Also, kurz gesagt, anhand dieser Betragsstriche können wir am Ende sagen, dass Alpha ein spitzer Winkel sein wird. Damit meine ich zwischen 0 und 90 Grad. Unten in Nenner befinden sich die Längen der Vektoren. Also, mit der Wurzel können wir von jedem einzelnen Vektor dann die Länge bestimmen. Bei der ersten Beispielaufgabe geht es um den Winkel zwischen zwei Geraden. Ich habe rechts nochmal kurz die Situation abgebildet, so wie die Formel. Und links sind unsere Geradengleichungen gegeben. Wichtig ist nun, dass wir richtig entscheiden, welche Vektoren von diesen Geraden wir brauchen. Natürlich sind das dann nichts anderes als die Richtungsvektoren. Also, die Richtungsvektoren der zwei Geraden, damit meine ich diesen und diesen, sind die Vektoren, die wir brauchen für die Winkelberechnung. Also, angenommen, das ist Vektor A und das ist Vektor B. Und dann fangen wir an. Als erstes können wir dann den Skalarprodukt zwischen A und B ausrechnen. Das bedeutet 4, 1, minus 1, mal 2, 0, minus 1, sind dann 8, plus 0, plus 1, haben wir dann 9. Gut, dann brauchen wir die Länge der Vektoren. Für den Vektor A haben wir dann 4 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat, sind entsprechend Wurzel 18. Und für den Vektor B die Länge ist dann 2 ins Quadrat, plus 0 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat, sind dann Wurzel 5. Das setzen wir dann alles in unsere Formel, also Cosinus Alpha ist dann gleich oben, Skalarprodukt ist 9, die Betragsstiche brauchen wir nicht mehr, die Zahl ist ja bereits positiv, durch Wurzel 18 mal Wurzel 5. Dann tippen wir das Ganze in den Taschenrechner, nicht vergessen an der Stelle, Taschenrechner muss auf Gradmaß gestellt sein und wir benutzen auch die Umkehrfunktion Cosinus hoch minus 1 und dann kriegen wir schon für den ersten Winkel 18,4 Grad. In unserem zweiten Beispiel kümmern wir uns um den Winkel zwischen zwei Ebenen. Dort wo ich ihn rechts abstrakt abgebildet habe, ist er leider nicht zu berechnen. Deshalb kommen in diesem Fall die Normalvektoren der Ebenen zur Abhilfe. Also, wir erinnern uns, die Normalvektoren stehen immer orthogonal oder senkrecht zu der Ebene. Das bedeutet, an dieser Stelle finden wir den Winkel Alpha auch zwischen diesen zwei Normalvektoren. So, wir haben links zwei Ebenengleichungen, wo wir die Normalvektoren problemlos ablesen können. Also, für die erste Ebene lautet dann der Normalvektor 3,2, minus 2 und für die zweite Ebene lautet er dann 1, minus 4, minus 2. Dann rechnen wir wieder zuerst ein Skalarprodukt an dieser Stelle. Also, das bedeutet 3,2, minus 2 mal 1, minus 4, minus 2 sind dann 3, minus 8, plus 4 sind dann minus 1. Als nächstes die Länge der beiden Vektoren. Also, die Länge des ersten Vektors ist dann 9 plus 8 sind Wurzel 17. Können wir sie auch so stehen lassen. Und die Länge des zweiten Vektors beträgt dann 1 ins Quadrat plus 4 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat. Das sind dann entsprechend Wurzel 21. Und das alles setzen wir dann in unsere Formel. Cosinus Alpha ist gleich. Jetzt machen oben Zähler durchaus die Betragsstiche einen Sinn, weil wir möchten, wie bereits erwähnt, einen Spitzenwinkel haben. Und untereinander bleibt alles beim Alten. Dann tippen wir das wieder in den Taschenrechner. Dann müssen wir natürlich wieder auf die beste Kostnungsfunktion achten. Und dadurch kriegen wir einen Winkel von 86,9 Grad. Und schon sind wir bei unserem dritten Fall. Und zwar der Winkel zwischen der Gerade und der Ebene. So, wir betrachten hier rechts wieder die Situation. Also, wir haben eine geradene Ebene. Und wir wissen, wenn wir eine geradene Gleichung haben, nutzen wir immer den Richtungsvektor. Bei einer Ebene immer den Normalvektor. Wenn man das jetzt in unsere Skizze eintragen tut, merkt man sehr leicht, oh, leider kriegen wir nicht den richtigen Winkel Alpha raus, sondern diesen Winkel Beta. Nicht weiter tragisch. Man könnte einfach sagen, Alpha plus Beta sind ja zusammen 90 Grad. Also, indem man 90 minus Beta ausrechnet, könnte man auch Alpha bestimmen. Alternativ kann man ein bisschen weiter denken und sich erinnern, dass 90 Grad minus Cosinus eigentlich das gleiche ist wie Sinus. Deshalb kann man an der Stelle die Formel ein bisschen anders darstellen. Und zwar, das ist der einzige Fall, wo es Sinn macht, vorne Sinus statt Cosinus zu nehmen. Damit spart man sich diese Rechnung mit 90 Grad minus Cosinus. So, jetzt können wir uns auch die Rechnung anschauen. Also, von den Geraden nehme ich den Richtungsvektor. Den nenne ich jetzt zwecksalber R. Das ist 4, 1, minus 1. Und von der Ebene der Normalvektor abgelesen ist dann N mit den Koordinaten 3, 2 und minus 2. Als erstes natürlich wieder das Skalarprodukt. Also, 4, 1, minus 1, mal 3, 2, minus 2, gibt dann 12, plus 2, plus 2, sind dann entsprechend 16. Dann die Länge des Richtungsvektors, Wurzel aus 4 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat, plus 1 ins Quadrat, sind dann Wurzel 18. Und die Länge des Normalvektors, ist dann 3 hoch 2, plus 2 hoch 2, plus 2 hoch 2, sind Wurzel 17. Das setzen wir alles in unsere Formel rein. Also, Sinus Alpha ist dann gleich 16. Die Betragsstriche und Zähler brauchen wir nicht. Wir haben erneut eine positive Zahl oben und unten das hier. Dann mit Sinus hoch minus 1 im Taschenrechner eintippen. Entsprechend wird dann Alpha 66,2 Grad sein. Zum Schluss schauen wir uns noch zwei miese Anwendungsfälle bei dieser Winkelberechnung. Als erstes geht es um den Winkel zwischen einer Ebene und einer der Koordinatenachsen. Ich entscheide mich an dieser Stelle für die X1-Achse beispielsweise. Den Winkel kann man sich ungefähr abstrakt an der Stelle vorstellen. Das Problem ist, es liegt daran zu erkennen, dass man praktisch den Winkel zwischen einer Gerade und einer Ebene haben möchte. Deshalb muss man die X1-Achse als eine Geradengleichung sehen. Entsprechend können wir dann als Richtungsvektor für diese Geraden 1, 0, 0 nehmen. Von der Ebene nimmt man dann den Normalvektor und damit ist die Sache eigentlich erledigt. In einem zweiten Fall geht es um den Winkel zwischen zwei Seitenflächen einer Pyramide. Die kann man als Ebenen betrachten. Der Winkel ist ein bisschen schwer darzustellen. Ich habe versucht ihn hier anzudeuten. Das Problem, was sich ergibt, ist, durch die zwei Ebenen werden wir dann einen Spitzenwinkel rauskriegen. Das ist dieser Winkel Beta hier. Und um den tatsächlichen Winkel Alpha zu bestimmen, was eigentlich stumpf ist, müssen wir dann für Alpha immer 180 Grad minus Beta rechnen. Damit wäre die Sache auch geschafft.